etwas hilfe suchen zu können naja unten im näher ist auch ein heiligtum was was machen da leichen also ich habe gehört dass da manchmal dass da manchmal dämonen reintauchen ja ja das schon weiß jeder aber das heiligtum schlägt jedes mal zurück er wird bedroht das heiligtum des alten gottes die letzten gaben sind in gefahr das interdikt seiner kirche verbietet es in den strudel zu tauchen doch es ist zeit das interdikt zu brechen ihr habt den segen des hüters des zirkels und des herrn der gezeiten steigt hinab in den näher und erkennt die gefahr die ihm droht bist du dir sicher hier und isidoro vom tauchen war keine rede ich will nicht trinken wasser arbeiten kosten mehr ich will nicht ertrinken im strudel bei efforts bad hochwürden spricht von einer göttlichen quest und ihr wollt prompt bis gold und ihr müsst verstehen wie müssen auch von irgendwas leben ich will zwei flaschen miskinas oben drauf und den voraus er verzeigen soll ich gewiss das sollte euch viel wert sein er verzeigen macht mir den bauch nicht voll und dann ist er nicht warm er sollte euer geld haben im voraus die hälfte im voraus ich gebe euch drei lokalen pro person seid ihr denn alle verrückt da trinken wir draußen ich klatsche in die hände ja ich weiß nicht also die die herren geweihten werden ja schon irgendeinen plan haben oder also ich kann schwimmen ich kann auch tauchen aber aber nicht so lange nicht so lange hast du schon mal von einem ferdi gehört der absäuft ich bin keine ferdi sicher aber ich bin mir sicher die haben eine idee und also das ist ja schon also mein leben lang hieß es ein man man muss sich von dem strudel fernhalten und heiligtum hin oder her es ist frevel und 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 jetzt schicken sie leute darunter es muss ich lieb gerne in den arsch treten wenn auch würden als ich gesagt hätte dass ihr darunter sollt keine sorge kommt ihr denn mit ich werde euch zumindest bis zum strudel begleiten aber jesse doro sagte zumindest nichts davon dass ich runter tauchen soll ansonsten hätte er mich wohl erwähnt was mir der uns vermutlich auch nicht angeheuert sondern fertig losgeschickt und mir ist es auch nicht ganz lieb holen sag mal hast du wieder ein fräfler mal auf die her bitte soll ich eine seltspüffung bei der machen oder immer gerne wenn wir wiederkommen ja schließlich scheint ja eile geworden so als du wieder kommst bis jetzt bin ich immer wieder gekommen oder was habt ihr das letzte mal runtergeschickt hier sie dort irgendwas runtergebracht oder und dann kannst du ihn ja dann kannst du ihn ja auch fragen ihr seht oh das rote buch die zeit der ritter theater ritter die theater hat erkennt ja wohl jeder bordländer stehen ist aber nicht gleich knietief in ronda geweihten die mit der sache zu tun haben wollen oder die haben wir ja auch warst du doch bei den ermittlungen dabei verwickelt oder nicht wir lassen normalerweise in ruhe deswegen ja wir schauen jetzt immer noch nicht so jemanden sehe was steht denn drin in diesem buch steht da die geschichte der theater ritter tun wir wissen das nicht das buch ist verschlossen das kann auch nicht bekommen und glaubt mir ganz versucht aber warum habt ihr es dann im näher versenkt das buch wurde so laut unseren aufzeichnungen irgendwann 250 oder 270 vielleicht 300 nach prosperans fall geschrieben es ist uralt es ist die letzte aufzeichnung derer die sich als theaterritter bezeichnet haben als die echten theaterritter und dann rüber ins riesland fuhren seitdem sind sie verschwunden das buch geht nicht auf egal was wir tun und da habt ihr das in strudel geschmissen buch sind immer gut in strudeln ja es wurde gestohlen das ist das was ich eben angedeutet hatte aber elgo hat es wieder gefunden und dann haben wir beziehungsweise jesidoro hoch würden hatte das das buch dann im nerv versenkt also ich will ja nichts sagen aber gemeinhin vertragen bücher wasser nicht besonders gut du bist ein ganz besonders kluges mädchen oder naja es hat immerhin fein abschluss gereicht nicht ob man denkt bei dem haus den sie gemacht hat wahrscheinlich haben sie eingepackten robbenhaut oder so du bist doch alchemist willst du jetzt selber irgendwas brauchen oder sollen wir euch unsere korallenfläschchen mit wasserodem geben ich vertraue da auf euch wenn ich jetzt anfangen würde nein ich fange mir gar nicht erst an ja dann gebe ich euch die korallenfläschchen aber was genau wollt ihr jetzt sollen wir das da wieder raus fischen tja so sieht es wohl aus ja erst schmeißen wir es rein dann holen wir wieder raus so lange bezahlt ist alles gut ist auch wahr was sagt der jesidoro steigt hinab in den näher und erkennt die gefahr die ihm droht ja wir haben zumindest vor kurzem eine warnung von greifen und bekommen aber war nichts genaues aus dem brief zu lesen wir haben ihn eingeladen aber er tauchte nicht auf es ist wohl irgendwo bei landfahr wenn ich das mitbekommen habe wollte irgendwie mit den grannen sprechen aber weit weg alan fahrs weit weg so jemanden kann man sich noch mal nicht verlassen ja wenn er von euch erwählt hat dann wird euch sein mantel schützen gott dann wenn du noch irgendwas braucht bereitet euch vor ich würde sagen wir legen dann sagen wir zwei stunden ab wir haben draußen hier ein kleines ruder pot damit bringe ich euch an den an den näher ran und ich warte dann an der kleinen sandküste gut alles klar euer gnaden doch wir können schwimmen so wenn ihr noch was braucht in der stadt dann deckt euch ein drei garten wir jeden und dann wenn ihr hoch kommt und das buch dabei habt ihr noch mal drei viel spaß dir was habe ich gesagt leicht verdient das gold für ein bisschen schwimmen ist das sehr sehr gut ein bisschen schwimmen das ist eine ganze menge geld ich glaube ihr seid so optimistisch also wir müssen jetzt das wieder hoch holen was du darunter geworfen hast johlen geworfen werde ich jetzt nicht nennen aber ja wo genau du geworfen hast da rein echt jetzt erst werfen sie seinen studel und dann wollen sie es wieder haben das ist so typisch wer ist jetzt hier dumm machen wir das an ihn getrieben ist immer weit weg kann es nicht sein oder strudel geht doch mal abwärts ich bin ich so dumm gewesen strudel zu tauchen eine sache habe ich jetzt nicht genau verstanden von euch kann niemand unter wasser atmen oder dafür haben die kristall dinger da auch magie zeug ja ich kenne jemanden der weiß wir waren wie man popor wasser zusammenrührt das koste extra nicht mal sagen wir so was kostet mehr als wäre der sache verdienen viel mehr dann dann nimmt das da außerdem außerdem ist deren fest um es ist soweit ich kann den wasser atem ein bisschen aber davon habt ihr ja nichts und ich verlasse mich da auf die erfahrt kirche wir würden das schon nicht darunter schicken wenn wir überhaupt saufen würden hätten die ja auch nichts von ich glaube auch ich denke wir sollten ihr angst haben vor keine ahnung ich glaube nicht dass ausgang jetzt eine dämonen nachher kommt aber er ist gefährlich ist nicht so was da gehen was schlimm ist es mir 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 was sagt er würde boden gar nichts gut gut ich dachte schon das kommt schon wieder eine wirklich zu zu gewaltig die gold machen sie hat geschützt hat im licht ich habe ein paar mal mit kann und geschossen zwei leute hat sie wird gerissen als jota getaucht aber eigentlich irgendjemand mit wie oft sie kommen dann könnte man doch vielleicht berechnen wann das dann ist das nächste mal ist oder es ist es ganz unregelmäßig ja wenn es regelmäßig passieren würde würde ich hier längst weggezogen sein das ist gut dachte ich habe die welche draußen gesehen auf der küste oder warum sprach dir davon jetzt nein nein wir wissen nur dass das halt in dem nebel kann man doch gar nicht sehen wenn eine neue kommt sie ist so gruselig die stinken bestimmt ja nach oben wasser der ist ja geschlagen dann dann du gehen ich habe ja doch gehört dass sie wohl mit anderen und element verschwand verschwunden worden also verschmolzen und man sagt irgendwie eine eine ekelhafte hochzeit ich verstehe davon nichts aber der wind der ist so ekelhaft ekelhafte hochzeit habe ich auch schon hinter mir auch mir die alte wird man auch wieder los das ist sexistisch was nein das war wenn ihr eure frau nicht mögt warum habt ihr sie dann geheiratet keine wahl man ja sagt aber wenn ich noch eine dämonische kommt dann bin ich beruhigt ich hatte neue gespräche eben kurz im vorbeigehen aufgeschnappt dann gehe ich schnell weiter mein guter freund wenn deine frau noch bei dir ist dann geht zu ihr und verbringen zeit mit ihr denn du weißt nie wann sie einfach weg ist und du sie nie wieder siehst aber die schon lange wieder weg gut für euch beide auch in der wald gelaufen wird nicht gut für uns beide könnte man so sagen wie kannst du so etwas sagen das ist nicht gut das ist schrecklich ich meine doch nicht dich ich meine ihn und seine frau dass sie sich doch offenbar nicht leiden konnten warum bringt er mich die ganze zeit dazu an katja zu denken die ganze reise ich glaube ich brauche erstmal eine flasche mischkinest ja da komm ich schmied ich habe glück im spiel was macht das du darfst die 17 wiederholen wenn du möchtest ja komm ja sehr gut dann hast du mehr punkte ist das eine elf dann hast du sechs punkte mehr dann hast du sechs silber mehr verdient das ist dann drei du karten drei du karten und sechs silber gemacht du nehmen immer falsche karten müssen karten nehmen die zu deine karte passen nicht immer einfach eine hohe karte also das hätte ich mir vor erklären müssen dann weißt du ja wie spiel funktioniert die die schöne bilder das spiel und alles weiter hat jetzt ungefähr eine stunde oder sowas gekostet wurde dann irgendwie andere leute dann in der taverne dass das die silber aus den taschen gezogen hast wenn du noch irgendwas einkaufen möchtest du was wie mess guinness müsstest du es jetzt machen also ich meine so leute wie born ihr verpassen jetzt natürlich die drei batzen für nur wodka oder bis kindes oder hauptsache flüssiger nahrung genau so viel wie ich dafür kriegen können ja dann hast du ein kleines fässchen ich glaube das reicht mit mehreren liter das sollte sicherlich drei vier wochen reichen ich dachte für heute ok oder für heute ja also wenn du ein bisschen mehr vor hast auch gerade sich so ein bisschen mut antreten oder so das geht natürlich auch effort wird dann schon beschützen wenn man betrunken untersteigt so sehe ich das nämlich auch sehr gut dann die ich meine stadt laufen und die kohle und die kohle verprassen bevor meine gläubiger hören dass ich geld habe oder schnell sterben stock besoffen mit so schicksals punkt benutzen ja ich glaube man nicht schön würfel aus dem ich glück habe ja du hast ein glück mit dem gar nicht natürlich natürlich den charakter habe ich denn kein glück so leider nicht dann benutze ich mein schicksals punkt um die 19 19 würfeln das recht oder die ganze probe das kannst du auch machen 19 reicht vollkommen aus alles andere ist ja fast unterwürfelt nur drei punkte so dann habe ich drei punkte über gut dann bist du nicht stock besoffen sondern bist einfach in einem borne land modus wie heißt du born jev bornski born jev bornski der norvade nennt man sich der norvade ist teil seines namens du bekommst auf die nächsten drei proben die du ablegst egal was drei punkte erleichterung super sehr gut noch irgendwelche sachen die ihr machen wollt elgor johlen wie möchtest du dein geld vor deinen herrscher beschützen dann versaufe ich ein teil und hat bezahle ich leistig anzahlung von neue dinge was schon neue weste neuen gürtel die schuhe müssten mal gemacht werden solche sachen und die dritte münze vergrabe ich einfach okay gut dann ja wenn du willst kannst du mit der falschen probe oder sowas geben nö wozu gut gehen wir dann gassenwissen probe ich werfe da noch mal 320 attribute oder hoch du bist gerade irgendwie so richtig schmierigen gasse die die runde haben da wohl irgendwo mal hingekackt und da wird es da so ein bisschen die die verscharren mit am stiefel er hat dann auch schon bessere tage gesehen und dann kannst du irgendwie hören wie die schritte hinter die sind elgor johlen wieder da im land nur ganz ganz kurz du weißt nur noch dass wir eine rechnung offen haben dann ist laff hat gesagt du bist wieder in der stadt dann ist laff deck mit diese kleine ich 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 habe einen job einen guten einen auftrag vertraue mir wir wollen nicht viel geld bei raus du hast bis mitternacht zeit und es ist ein echter sogar für die erfahrt kirche du weißt die erfahrt kirche wo ja wo wir dich finden können du weißt bis mitternacht zeit sonst bist du total mann ich ja sicher doch du kriegst dein geld versprochen und dann ist lauf auch drei silber drei silber ja damit kannst du aus der gasse flüchten suchst du noch mal eine andere wo du den dukaten vergräbst und was macht nasser in der zeit das dann geht noch mal zurück in den tempel und opfert ein paar silberlinge lieber vater erfahrt bitte macht dass wir herausfinden was mit magister korolku passiert ist und dass es uns nicht so ergeht wie der armen libussa ja also wollte ich eigentlich gar nicht danke dass du uns hierher zurückgebracht hast und drück uns die daumen wenn wir jetzt da in den studen tauchen wir sehen uns unten im heiligtum dann bekommst du auch drei punkte erleichterung auf die nächsten drei formen möchte bj das hier auf morgen was du ich spiel dich weiter weil ich glaube ich habe ich spiel verstanden und okay ja so wie du wieder oder nicht ich abgezogen sondern irgendwelche anderen du kannst du deine eigenen platzierung machen genau spiel und weiterhin ich verliere wahrscheinlich auch so ich verspiele auch meine armen brust und ich gebe dir eine erleichterung von drei punkten auf deine brett und karten spielprobe ich habe gar kein spiel auf klugheit klugheit intelligenz guter wochen 23 punkte erleichterung 10 was ja sogar klugheit und was war intuition 13 nicht geschafft ja dein armen muss das weg und dann hast du dann durch den deutsch habe ich noch nicht verdammt ich gerade gerade gewonnen ob die nötige abbezogen du hast geschummelt habe ich genau gesehen okay ich habe angebot für dich du arbeitest für uns wenn du verlierst und wenn du gewinnst doppelt oder nichts sonst arbeitest du vorkommt er legt so irgendwie neben die armen muss von dir die jetzt auf seiner seite liegt liegt da irgendwie so ein richtig gutes jagdmesser so richtig schön hirschfänger richtig richtig schöne scheide dabei und nichts ich würde gerne menschen kann das vorhören ja für für die menschkeitsprobe bis morgen dann hast du kein keiner schwer dass du dich irgendwie kultur oder so ja von albin hast du noch nicht gehört so schlimm kann er nicht sein ich habe noch morgen morgen immer wieder tauchen und dann komme ich morgen wieder und dann kein problem kein problem du warst hier und dann mit meiner armbrüste ja nicht schon ja schaust noch mal rüber zu dem berg den video gemacht hast sechs silber mehr drei silber mehr gut möchte so sonst irgendwas tun in der stunde der rest der rest du kannst du kannst du irgendwelchen händen in der rosentasche kannst du irgendwie so die straße schlender der nebel neben dir und die du karten die du eben gerade verdient hast ein mühseliger kleinarbeit naja gut wenn du das überlebst morgen kriegst du noch mal drei du karten neuer versuch warum lerne ich nicht sprich warum lerne ich nie 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 immer immer wenig geld habe spiel ich schon dann da kriegst du stein beiseite aber morgen morgen ist anders morgen ist anders morgen ist auf meiner seite zwei stunden später ihr steht an dem steg unter euch brauselt wieder der walsach in richtung des feste der feste bucht des meeres und ihr könnt dort hinten schon fast erahnen wie das eis sich bild aber hinter dem nebel kann man eben auch nichts weiter sehen nur noch dieses gespür für die kälte für den harten frühen winter und gerade im norden von dort wo ihr kommt habt ihr auch das schwarze eis gesehen was wohl von dieser ekelhaften hexe zu kommen scheint eine weitere heptalchen die das bornland mit ihren mit ihren elementen quält jetzt allerdings liegt vor euch rauschend der näher und ihr könnt erkennen wie koi valsareff der andere geweihte des tempels bereits in seinem boot steht und euch auffordernd zusieht kommt rein kommt rein erfahrt das mit uns die falschen karten ich habe doch gesagt nicht immer nur die bilder ich habe gelernt aber trotzdem nicht gewonnen morgen 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 ist ein guter tag müssen wir gleich trinken oder später wenn wir nicht im 2 was wir nicht auch ein zweites haben dafür den fall ach wir wollen wir haben keine angst vor kälte nein wir wollen das wäre ja doch wenn wir im kalt ist dann hier habe ein fässchen nimmt ein guter schluck gut antrinken ha ich bin ich schon nicht betrunken ach gut gut aber ich glaube von bonn auf die schulter gut sie wäre ja mit trinken sonst kalt da was für idioten wenn dann soll es so eine scheiße machen wenn nicht betrunken ja ich krieg doch immer die armen weißt du sie brunnen ja und feiern und trinken und wir wir müssen arbeiten hart arbeiten hart arbeiten ist wichtig hast du noch was da ach da das sollte noch reichen gute buddhesehn hier klein kleine flasche mischkinas ist aber schon fast leer und in dem fasst das wort wie wir sind wort herunter nehmen strudel nein aber sobald ich wieder hochkommen wartet es dann im boot auf mich du bist ein schlauer bursche beim thema im boot warten wenn wir zurückkommen wartest du dann hier ich bin da naja gott und ich weiß wie viel mord gar in dem fasst drin ist ich glaube ich nicht ja keine sorge ich habe mein eigenes außerdem ist es gebrannt nichts gebrannt das geht in einen magen als fredis da gebrannt aus besten bonn toffeln alles was gebrannt ist es von ingrim verflucht so sehr gut will noch jemand mit rodern sonst mache ich das alleine rodern werde ich nicht bezahlt ich helfe euch oh gott damit drückt er dir ein paddel in die hand du siehst deine rollenden augen noch und mit viel geduld kommt ihr in richtung des näherst du merkst dann irgendwann wie der strudel das kleine boot erfasst und du gar nicht mehr viel machen kannst wirst einfach in einem kreis immer weiter in richtung der mitte getragen und kannst dann kurz vor dem endgültigen abstieg in die tiefblaue finsternis kannst du noch sehen wie dort eine kleine insel aufragt die dann mit wenigen paddel und ruderstößen von koi walseriff angelaufen wird sodass ihr dann mit eurem boot auf dem sand entlang schabt während unter euch der dröhnende schlund sich öffnet heute wenn es der alter war wissen also gut dann trinkt mal eure flüssigkeit eine frage noch die letzte also ja sowieso rein theoretisch wenn jetzt eine dämonen aache auftauchen würde warnt ihr uns dann in dieser geschmiede hier gibt es keine reichen die letzte das vor etwas mehr als 40 tagen hier aufgetaucht goldmauk der antel ich glaube wir haben erst mal rohe vor den ansonsten gerade tot ich schlag mir das er verzeichnen dann bin ich gelübt aber wir können unter wasser singen da singen damit greift er in seinem rudermboot nach einem muschelhorn füllt es aber mit dem fließenden wasser um ihn herum und begießt euch dann eure köpfe segnet euch so ein bisschen her über die meere ewiger gott vater des näheres hüter der letzten gaben richte deinen unergründlichen blick auf die deine kinder die sich deiner gunst ergeben geleite sie sicher durch deinen nassen pfad deines reiches hinab zu deinem heiligtum was die wunder unter den worgen erblicken und führe sie sicher zurück auf dass sie gestärkt in glauben und wissen deine versunkenen städte von deinen und unseren feinden beschützen dann gibt er euch noch einmal das horn um euch nachdem nachdem euch das wasser mit kopf geschüttet hat euch das jetzt auch zum trinken anzubieten bääh süßwasser du idiot es ist süßwasser wenn du das sagst alles aus der hof hier ja 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 wenn ihr jetzt gleich aus der flasche trinkt müsst ihr danach durch den mund ausatmen nicht durch die nase sonst brennt ja ne danke für den tipp du gib schon hier soll ich vorschwimmen oder will jemand anders du bist ein guter Rümer Vito komm du voraus wir sind hinter dir Koi Koi gib dir einfach einen stoß in deinen bauch du taumelst einen schritt nach hinten und fällst von der kleinen insel in den sturm du 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 ich guck ihn an denk nicht mal dran ich möchte mir Elgor und äh äh Jotre packen und zusammen mit denen reinspringen ja Elgor ist grad noch drauf gefasst sich von Koi nicht reinschubsen zu lassen sich von Koi nicht reinschubsen zu lassen sich von Koi nicht reinschubsen zu lassen dass er gar nicht merkt wie ihn dann ein Dingspacke mit rein zieht ja Nasser macht auch einen Kopfsprung und äh dann los wie die Hand eines Giganten werdet ihr vom Sog gepackt umher gewirbelt der Himmel wird eurem Blick entzogen manchmal blitzt das trübe Grau noch auf doch es wird kleiner und kleiner eure Gesichter um eure Gesichter herum schlägt das tosende Wasser äonen alte Kräfte drücken euch das Leben aus dem Leib ihr wollt schreien aber der Lärm um euch herum schluckt alles da ist nur noch das Rauschen und als ihr in die Tiefe stürzt begreift ihr dies ist kein Mahlstrom sondern der Schlund eines Ungeheuers Nominoru der unergründliche Vater und Murun die begründende behütende Mutter und Erfa der gebende Sohn und Karybd die nehmende Tochter rangen mit Bahamut dem Verschlinger der seine Brut dunner völlig in die Meere Spie bis Karybd die Ungeheuer unter ihren Willen zwang so dass sie ihr und der ewigen Familie der Ozeane nicht mehr gefährlich werden konnten als dann riss Nominoru seinen Schlund am Meeresboden auf und Erfa schleuderte Bahamut in die Tiefe Maun versiegelte den Kerker und richtete das Haus der Wacht das sie ihren Kindern überantwortete Niederschrift von unbekannter Hand auf einem kaum mehr leserlichen Pergament in der Silem Horas Bibliothek zu Selem